jo leute und herzlich willkommen zur 15. folge minecraft the craft 2 mit simson girl und ja wenn ihr mehr sehen wollt lasst ein like und ein abo da und teilt das video würde mich sehr freuen und ja ich hoffe ich habe jetzt die reihenfolge mal in griff gekriegt weil die anderen videos waren alle vor produziert deswegen sind die folgen sage ich bei den folgen alles zeit versetzt und ja ich sollte nicht mehr vor produzieren dann ist nämlich dann nicht so nice und genau heute wird mal mein haus so gut soweit es geht fertiggestellt oder weitergemacht und dafür fahren mich erst mal die drei schwarzeichen ab die wir hier haben und dann sehen wir uns gleich wieder so leute es kamen jetzt zwei stacks und zwei stämme raus und ja ich tue jetzt erst mal noch das ganze gras abbauen sage ich mal und dann ja sehen wir uns wieder wenn es weg ist by the way minecraft wieder feuer am backen hier mein skin ist einfach unsichtbar hier keine ahnung seit dem update ist es richtig verpackt es gibt ja auch momentan keine diamanten also naja seit so leider so sieht es bis jetzt aus ich ziehe jetzt erst mal sage ich mal rüber natürlich kommt dann hier noch erde hin und so weiter dass es halt nicht so doof aussieht und ich führe jetzt den ganzen boden noch mit schwarzeichen breittern aus und dann sehen wir uns gleich wieder wenn es fertig ist so sieht es aus und ja ich ziehe jetzt halt hier noch die gras beziehungsweise erde rüber natürlich kann man das anderen wegen schöner machen aber erst mal so und ja jetzt kommt noch hier einerseits die treppe hier ziehe ich jetzt auch noch die wände hoch dafür brauche ich aber erst mal fichte fichtenholz dafür brauche ich erst mal wieder neue axt und dann fahren mich fichtenholz bis gleich so leider ich habe viele bäume gefällt es gab auch inzwischen fall da waren creeper zwischen den bäumen und fäden ja also eine spinne eine spinne und keine fäden ja ich werde ich werde mal zuckerrohr anbauen weil das brauchen wir später auch ich habe schon zuckerrohr übrigens baue ich doch an egal so und fichte habe ich natürlich auch 60 stämme und als allererstes werden hier die ecken hochgezogen wo es noch fehlt und natürlich ist dann erst mal die frage was kommt hier in den raum man könnte ja wie es so eine kleine lounge machen so ein paar stühlchen tisch und dann ein fenster auch hier rein wie beim gegenüber oder was anderes aber ja gut als allererstes hole ich mir mal von dir zuckerrohr weil ich muss mal was aus testen da wird da wird es nach wenn du mir Was? Der Edgar. Das Schweinchen hier. Der Edgar, nicht die Edgar. Doch, ich hab der gesagt. Das ist eine Beleidigung. Bodenlose Frechheit. Die Edgar. Ich hab der Edgar gesagt. Nein. Gut. Für meinen Test brauche ich Papier. Oh Gott, wo gibt's Papier? Ach ja. Neun Papier. So. So. Und dann teste ich gleich mal was aus. Und danach teste ich noch was aus. Weil für irgendwas müssen ja diese leuchtenden Rahmen gut sein. Oh. So. Nö. So funktioniert's also nicht. Also das, der so Test ist schon mal missglückt. Gut, die Karten kann ich ja trotzdem erstmal da lassen. Ah, jetzt brauche ich wieder die leuchtende Tinte. Äh. Äh. Ja. So. Geht ganz fix, dann geht's ja weiter mit dem Haus. Mal schauen, ob die Karte dann leuchtet, weil dann mache ich da überall die leuchtenden Bilderrahmen hin. Krass, das leuchtet wirklich. Also baue ich jetzt die ganzen Bilderrahmen ab. Und ja, dann baue ich die leuchtende Bilderrahmen hin. Und genau. So. Bis gleich. So, Leute. Ich bin hier am Diorit und Granitfarmen. Und ja, das wird dann poliert. Und je nachdem, was mir besser gefällt, dann werden daraus ja, sagen wir mal Sofas gemacht, weil es ist ja Minecraft ja, und Möbel ist nicht so. Also muss man kreativ sein und genau. So. Ich fahre mit dir noch ein bisschen bis ich denke, ich habe genug und dann. Genau. So, ich muss jetzt also ich habe wieder Platzmangel im Winter. Ja. Ich es wird mal Zeit, dass das Haus fertig wird. Ähm Zack, zack. So. Ja, wie gesagt mache ich jetzt poliert polierte Versionen erst mal nur einmal jeweils. Was mir hat dann, wie gesagt, besser gefallen, gefällt. Und genau. So, wo sind sie hier? Granit. Ihr könnt ja dann auch noch mal den Kommentaren schreiben, was ihr denkt. Zack. Granit. Diorit sieht halt schon echt betonmäßig aus, aber Granit sieht irgendwie ein wenig bequemer aus. Aber es würde also es passt vom Kontrast her nicht so gut rein. Aber ich denke, ich entscheide mich trotzdem für das Granit und genau. so Leute, was haltet ihr davon? Ähm ja, ich habe jetzt hier noch die Granit äh Treppen hin gemacht und hier wie so ein Diorit Tisch und in der Mitte vielleicht Glas rein. Kannst mal rüberkommen? Ja, mach ich gleich, warte. Also entweder gibt es die Variante simpler Tisch oder in ein Glas, aber ja, ich glaube das hier sieht so ein wenig besser aus. So, während du unterwegs bist kann ich mir schon mal ein wenig Fichtenholz machen. So. Aber ich denke, hier ein Fenster würde es am meisten Sinn machen. Ui. Ja, das wäre halt so eine Lounge. Eine Lounge, wo man sitzen kann. Wie sieht es aus oder findest du den Tisch unpassend? Ich fände ihn schön. Okay. Und ja, hier ist dann ein Fenster, also wird ein Fenster reingemacht. Und genau so. Aha. Boah. Ich denke, hier hier ist ja eh das Dach. Also ist die Decke und hier in die Ecke kommen dann noch Pflanzen. Aber ja, das dauert halt noch. Was ist denn das da drüben? Huhn? Naja, spielt keine Rolle. Ich hole Fenster. Ach Quatsch, hier. Ah ne, das sind die hellgrauen. Habe ich dir mal Glasscheiben ausgeliehen oder habe ich die alle kann sein, dass ich die alle ah ne hier ja, hätte ja sein können, ich habe die verbraten für den Korb. Okay. Ja, es geht auf, gerade so. Oh, ich hasse sowas. Kennt ihr übrigens noch die alten Minecraft Glasblöcke, die so richtig hässliche Texturen hatten mit diesem ganzen Weiß? Ah, das waren noch Zeiten. Da hat einen eigentlich so Glas gar nichts gebracht, da war es besser, wenn man nichts reingebaut hat. So, sieht doch schon mal nicht ganz übel aus. Ja, es muss halt noch ein wenig wohnlicher gestaltet werden, aber ich habe momentan kein Eisen, glaube ich. Aber ich kann mal kurz gucken. Äh, Gold habe ich in Massen. Ne, ich glaube, ich habe mein ganzes Eisen letztens für die Sachen, für die Küche verbraucht. Aber sieht ja schon mal ganz wohn, recht wohnlich aus. Und jetzt kommen wir halt zur Treppe. Wie viel Eis im Kausen, du? Für zwei Kessel, ich weiß nicht, wie viel das ist. Zwei Kessel, warte mal. Kann ich mal luxeln? Ich kriege gerade so einen hin. Ne, alles gut. Okay. Ähm. Ja, es war nicht safe, zu viele, aber. Aber es wird schon wieder Nacht. So, die Treppe. Ähm. Ähm. Ja, ich kann sie jetzt überhaupt nicht gut abschätzen, aber. Ach, so. Noch eins hoch. Halt. Halt. Ähm, gut, schnell mal. Schlafen gehen. Das kennen wir uns durchs Pohnen. Knacks. Ja, ich kann auch. Bei dich bitte. Weil. Ich fliege dann in die Luft. Ich schlafe. Nämlich. Ja, wie gesagt, ich habe noch kein Dach über dem Kopf. Äh. Also, ich habe ja zu dir mal gesagt, ich schlafe mit Schäfchen. Und du mit dem Creeper. Ah, ich hätte es sich mal beeilen können. Es ist eine Spinne in meinem Haus. Na, jetzt gehe ich hin zu dir. Ja, danke. So. So sieht es aus. Ja, die Treppe wird noch schöner gemacht. Und. Ja, so. Die Ecken noch schöner. Also. Ja, also erstmal hier fertig machen. Zack. Ein Fichtenstamm. Ja, ich mache halt jetzt noch die ganzen auf Deckenhöhe. Und dann sehen wir uns gleich. Gut, wenn man jetzt, also ich habe jetzt alles hochgezogen. Wenn man jetzt schaut, nimmt Gestalt an. Und jetzt als nächstes will ich hier das, sage ich mal, schon mal die zweite Etage machen und hier Fenster vorbereiten. Und ja, dazu brauche ich natürlich erstmal Glas, was ich, wo ich mir noch mehr Sand holen muss. Und genau, dann mache ich das jetzt und, ja. Gut, ich habe jetzt 18 mal Sand geholt. Das kommt jetzt alles in den Ofen. Natürlich nicht in den Ofen, weil hier keine Kohle ist. Ich weiß nicht, warum der Ofen da steht. Hier in den Ofen. Ja, dann wird, dann warte ich. Und in der Zeit hole ich Fichte. Genau. Gut, Leute. Ich habe zwei, drei Bäumchen abgefarmt. Schauen wir mal, ob, äh, Glas schon, ist schon ready. Super. Äh, zack. So, als allererster ist natürlich auch wieder ein Fichtenbretter. Und das ist dann auch wirklich das Letzte, was wir machen, ist, ich will nicht wieder überziehen. Äh, die eine Folge ging ja mal 30 Minuten. Was haben wir denn da gleich gemacht? Warum es so lange ging? Ich glaube, da war es dann nicht dabei. Da habe ich einen Basketballplatz angefangen. Achso. Ja. Ja, das war halt, weil ich da auch noch, ähm, reingenommen habe, wie ich halt die Netze hole. Und das dadurch ganz schön lang geworden ist, weil es auch eine halbe Weltreise war. Aber ich wollte auch nicht, dass die Leute mir dann unterstellen zu Cheapen. Und, ja, Gesundheit. Oh, Dankeschön. Oh, bitte. So, äh, zack. Oh, ja. Ähm, das wird halt ein schönes, großes Fenster. Aber, noch eine Stufe höher. So, so, da. So, was da dann reinkommt, weiß ich selbst noch nicht. Nice. Ja, lustig. Ja. So. Heiz. Tak. Dann hier eins frei. Zack. Zack. Ja, es wird eine riesen Glasfront. Ähm, zack. Zack. Ja, ich denke, das reicht. Summer. Sehr schön. Ähm, mit den Resten, ja, sind drei Stämme nur noch. Trotzdem ist es wenigstens sowas. Ziehen wir mal hier wenigstens eine Seite hoch. Und dann haben wir ein wunderschönes Ergebnis. So, betrachten wir das mal von Weiden. Äh, ja, ich sag mal, so mir gefällt's. Ist jetzt kein Meisterwerk, aber. Genau. Hey, Ibo, Tyler. Ja, dann beeil dich mal, weil ich wollte die Folge beenden. Also, sieht gut aus. Ich bin gerade da. Ja, das ist, also hier, das passt nur zu dieser Pfeiler. Das wird auch mal alles nächste Folge gemacht. Ja, und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und Abula. Würde mich sehr freuen. Checkt mal die Playlist aus. Willst du noch was sagen? Ciao. Ciao. Hihi.